Jo, hallo liebe Freunde, zurück bei Let's Play Star Wars Battlefront. Wieder überleben, diesmal auf Endor, aber wie immer mit mir im Partian und dem übermäßig geilen Hyper. Einen wunderschönen guten Morgen. Mal ein bisschen Abwechslung hier. Abwechslung? Blastergewehr. Du kannst doch nichts anderes, oder? Nö, man kann eigentlich alle Waffen auswählen. Ja, achso. Ja, scheint hier bei Überleben zu funktionieren. Da brauchen wir nichts freischalten wahrscheinlich. Was war das? Bewegung, Bewegung! Dann mal los! Hier! Boah, ist das so schön, ey! Ist das schön! Ich glaube es ja fast nicht. Möge die Macht mit ihnen sein! Wir sind auf jeden Fall richtig gut getan. Ich habe bis auf jeden Fall auch schon gespielt online. Und, äh, die haben ja kaum gesehen, die, äh, Rebellen. Dumm, truppe siehst du halt, weil die schon weiß sind. Dafür siehst du die nicht auf rot. Von hinten. Ach. Ach, ich sehe sie schon, ja. Oh, 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 oh. Diesmal auch auf schwer, genau. Das müssen wir ja auch nicht als Info nicht tun. Oh, keine Ahnung. Kann man da auch Rettungskapseln? Ja, was jetzt kommt hier. Kann auf jeden Fall auch noch hoch gehen. Da wären wir sicher gut geschützt eigentlich. Ja, aber wenn dann die Schaftstützen kommen, dann sind wir auch im Arsch. Diese Schaftuppen haben schwerer Blaster. Ja, da kommen sie schon. Oh, ich muss grad gegen... Warte, bist du hier schon da? Für Frodo! Ja! Ja! Da sind hinter uns auch noch welche. Unsere Verteidigungslinie hat gehalten. Ich will jetzt ein Haftladen. Geht ja nicht. Ja, ich drückte auch die ganze Zeit R. Ja, aber es kommt ja auch, wenn die zu heiß sind, dann soll man ja auch eher drücken, steht da. Aber es bringt keinen Unterschied, als ob du warten würdest. Kommt mir, oder? Guck einfach mal. Warte mal hier oben auf dem... ...bäumchen, was hier oben so abgeht. Alten Evox hier. Oder gehen wir zur Rettungskapsel, oder was? Ähm, ja. Wir haben ja gerade noch so'n... ...upgrade geholt. Ah, jetzt laufen sie hoch. Ja? Ich weiß nicht, ob sie zu dir hochlaufen. Okay, dann schieße ich sie oben ab, oder so. Bist du auch oben? Nee. Nee, nee, ich bin unten. Wow, 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 wow. Ja, ist schon... ...um einiges anspruchsvoller. Ja, boah, wir sind wahrscheinlich auch wegen dem anderen Gelände hier immer schwieriger. Ja, wegen zu der Kapseln. Ich weiß nicht, ob ich hier einfach runterstehen kann. Ich glaub nicht. Wär wahrscheinlich nicht so angenehm. Da muss man auch viel mehr mit dem Jetpack jetzt arbeiten, um auszuweichen. Oh, okay. Aber das Hyperium schickt bereits neue Truppen. Höre reithalten! Vielleicht ein Zusatz leben wir auch nicht schlecht, zur Sicherheit. Das ist 200 Meter weg. Ja, hol den. Ich hab noch, also, ich hab zwei. Ich hab zwei. Ich hab auch zwei. Aber man kann ja nie wissen. Jetzt kommt sicher ein AT-ST, oder? Nee. Ach, guck mal, hier ist sogar ein Geschütz hingestellt, schon an dem... zum Schützen hier. Sniper. Ja? Ja. Guck mal wieder zurück. Ich hab hier so'n Geschütz hingestellt. Da können wir irgendwie so'n das Detail liegen. Oh, was kommt denn da? So geht's. Boah. Halleluja. 13 Läden gerade noch gehabt. Ja, wir haben Kassel geworfen. Ja, wir haben Kassel geworfen. Ja, wir haben Kassel geworfen. Ja. Ich hab da. Ja. Du kannst ruhig nur bisschen hinlocken und ich hab' das Schüke stehen. Komm ruhig hoch. Okay. Ich bin schon noch auf dem Weg. Wir müssen nur da stehen, wo du bist. Dann kann ich dich abwollern. Weil komm... Kannst du noch was holen hier? Kommt so'n harter Gegner. Jungen und Schaffel is da oben. warte zudem lauf ich mal jawohl jetzt versuche ich das leben zu wollen ist weg ist einfach mega weit weg ist okay es kommt man nicht zu schnellen ATSD das ist gut komm ich wieder zu dir aber eine Welle mit so einer mit so einer Vakuum-Bombe oder was für ein komischer Singen-Inspektor umhauen und bei dir? ja irgendwas ist da noch ne? ja das sind jetzt einige ah da kommen sie da rechts ist einer aber ich komme eben nochmal kommen sie klar oder? ja da sind dann noch vier Gegner sonst kann ich noch eben schon das Ding inholen ach der Chat-Fack und der nächste die extra Waffe ach da steht da oben ja was die Gegner noch da sitzt ja ja nein ich bin gestorben im Sniper wo war der denn? Oben auf dem Dingens oder was? ja ja da oben ich nehme mal wieder das normale Blastergewehr hier bin ich jetzt gespawnt ah jetzt habe ich auch kein Dingens mehr wo rennt ihr denn hin? wo bin ich? achso beim ATS ah AT AT ausgezeichnete Arbeit ausgezeichnet keine feindliche Einheit mehr auf den Scallon Versorgungskapsel abgesetzt wo? wo? oh Gott es ist noch eine Rettungskapsel gelandet ich habe so ein Fahrzeugabwehrturm der ist wichtig der ist sicher mega wichtig falls gleich irgendwas groß kommt ja genau jetzt da ist er schon da ist so ein Schutzdings da kommen sie schaut wieder da muss das Ding sich nur umdrehen aber das ist ein bisschen in eine falsche Richtung gestellt komm hier und den Blaster kann man auch und das MG kann man auch nicht ändern was kann man nicht ändern? die Blasterrichtung da ist so ein MG gleich ist er down ja es gibt so eine komische Waffe hier oh Gott oh Gott oh jetzt habe ich ihn puh das war knapp das Imperium wir sie unbedingt besiegen nein die Kapsel da ist so ein Leben warte dann hole ich mir das Leben weil das ist eh für uns alle weil ich kann für dich in Leben investieren und du für mich ja ok ja jetzt kommen sie da wo wir hergekommen sind ja dann wieder hoch gehen da neun Gegner noch übrig neun Gegner noch übrig die sind eher bei der Rettungskapsel hier unten ne irgendwo sieht mich einer ich weiß nicht wo da wir haben die Rettungskapsel geboren wieder Upgrades oder Waffen Aua Rakete da ja wieder so ein Thermal im Plan Dator oder wer das Ding erinnern ist Implosator ich habe eine Armbrust warum auch immer ah weil man sie mit deinem weil das ein One-Shot-Kill ist hast du noch eine extra Waffe ähm nö was hole ihr welche unten sind welche frei ah ok ich sehe schon ach was würde ich ohne dich tun ey ja ist das so deswegen ist doch ein Team oder nicht so jetzt kommen sie von unten direkt auch ne ah ich habe einen Orbitalangriff ja da müssen wir ein bisschen aufsparen wahrscheinlich ja auf den ATS-Zittern auf den nächsten ja die Scheiß doch lustig wenn man erdruckt und dann brennt er sich immer und dann dauert es noch länger bis sie abkühlt wegen der Animation unterlass das ja mit deiner blöden blöden rakete ey nein da war ich umzingelt wow ich bin schon feind erfasst ja das mit den Raketen ist heftig der visiert dich halt an und du kannst nicht mehr weg da ist nur noch einer da Paketenmensch ich lass mich schon den Helm abgenommen fertig ach man kann es ja in der 3rd Person auch spielen ja wie spielst du? ich spiel es in Evo-Shooter wir kennen jetzt die Position einer weiteren Rettungskapfel jay alle Mann auf Gefechtsstation da kommen sie wieder aber schnell oh ok das ist was für meinen Orbitalenschlag willst du den nehmen? weil ich hab auch noch so eine andere Granate habe ich auch noch ach so dann nimm deine Granate her was soll denn? ja was soll denn? leck doch meinen ach ey ich sterb schon wieder ich glaub's nicht ey ich will's einfach und oh gerade noch überlebt wow jaja 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 wir haben zu weit geworfen war klar wenn man ja auch so gezielen kann dann werfen mhm wir haben die Rettungskapsel geboren genau tot im Moment haben die Imperial Truppen die Overt im Moment haben die Imperial Truppen die Overt im Moment haben die Imperial Truppen die Overt sie können das Imperium immer noch besiegen geben sie nicht auf ja zwei Sniper genau voll fair brauche ich den Orbitalanschlag wo ist er denn überhaupt? keine Ahnung machst du das? ja bleibt uns ja nix übrig ey der hat so viel Leben noch das Imperium bereitet einen weiteren Angriff vor erstmal Waffen wiederholen und ein Leben ich hol das Leben ja warum hab ich jetzt gar kein Leben mehr nur noch einmal gestorben wahrscheinlich hab ich dein Leben immer oder es zählt hast du jetzt wieder ein Leben? ja oh Gott das zählt für alle ne ich hab unser Leben gewastet weil ich bin schon zweimal gestorben du erst einmal aber bin ich dreimal gestorben ich weiß jetzt gar nicht mehr wie oft ich gestorben bin ich bin ja auch wieder tot tot? Patentruppen ja warte eine Frau muss ich jetzt die Runde alleine schaffen oder ich nehme jetzt sie das Leben nimm das Leben nimm das Leben es geht immer ab nun vergesse sie das nie ich seh halt die Gegner nicht mehr ja aber die lässt sich immer so tarnen und die machen halt da alter ja ich bin wieder tot das sind halt vier getarnte jetzt schau ich mal zu Schild mach Schild schnell falls du kein Leben mehr hast genau dann kannst du Leben regenerieren bis jetzt ey warum stirbt der nicht? er ist tot er ist links unter dir ah und jetzt? haben verloren oh nein oh Gott na gut wir sind so gut ja man muss halt auch mal verlieren können die Profis verlieren auch mal ne dann sehen wir uns beim nächsten Mal ciao